willkommen zu einer weiteren folge letzter clash of clans mit mir dem thorsten auf dem account von frei und erst mal vorab vielen vielen dank für die echt tollen kommentare muss ich mal so sagen die gegnern über fragezeichen fragezeichen bis hin zu alzheimer bis hin zu hey endlich ein neues game und so weiter war fand ich wirklich klasse und ich hoffe die folge hat euch auch ganz ganz gut gefallen hat natürlich bin ich nicht des alzheimer verfallen oder so sondern habe eigentlich tatsächlich der der eigentliche hintergrund hinter der folge mit dem frei war eigentlich dass ich euch das spiel hier die das training etwas näher bringen wollte denn ich wollte das jetzt nicht einfach so machen so nach dem motto jetzt kommen das baust du irgendwann mal ein mit einem hohen account sie können ja alles spielen nein ich fand es viel interessanter das mit einem noch nicht so hohen account zu spielen und vor allen dingen fand ich dass das interessant dass man hier mal so ein bisschen den fortschritt so ein bisschen sieht mal sehen das ist jetzt so ein bisschen mein urlaubs account der frei hier den werde ich also im urlaub so ein bisschen hart suchten und mal gucken wo wir dann da irgendwann stehen im september mal sehen so rathaus 6 7 peilig sicherlich an aber es dauert auch ganz schön lange denn ich habe immer noch keinen zweiten bauarbeiter den will ich mir heute holen habt im thumbnail gesehen babys also wir hauen hier mit den babys rein ich habe mich mal eingeschlichen beim clan deutschland der clan ist jetzt im moment ja geschlossen und ich brauchte eigentlich nur die spende also wenn ihr irgendwie neuen account anfangen neu bei clash of clans seid oder ein bisschen pushen wollt sucht euch clans die zu euch passen wo du in etwa weiß ja da da kann ich sowas spielen da wird mir gespendet habe dann kumpel vielleicht der clash of clans spielt ich meine ich habe ja früher mit meinen jungs clash of clans gespielt haben wir nebeneinander gesessen zu dritt und haben uns natürlich die truppen zugeschoben gar keine frage und haben so ein paar sachen gemacht damals gab es aber diese events noch nicht und von daher glaube ich kriegen was in jedem fall gebacken also mir fehlen immer noch die gems hier für den dritten bauarbeiter denn die lager hier brauchen immer so lange diese die nicht 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 die lage die lager aber für dich die sammler hier die brauchen unheimlich lange aber ich beiße mich dadurch beißen mich dadurch ich mache die die sammler ich will nichts hier raschen oder sowas konnte schon wieder so ein bisschen mehr hier abbauen in der base und ja wie mache ich das eigentlich ganz einfach man nehme ein baby drachen und mache irgendwas kaputt ist eine gute frage in der regel ist es der minenwerfer den ich damit den ich damit kaputt machen will dass die müssen auch dann immer ganz gut fliegen also ich habe ich habe jetzt noch nichts gehabt wo jemand was sie in der klanburg hatte außer ich hatte was in der klanburg kann ich euch gleich auch mal zeigen denn ich hatte hier baby drachen in der klanburg drin der ist eigentlich ganz gut der hat auch noch keine luftabwehr und pass mal auf das machen wir mal wie folgt wir hauen hier mal unseren baby drachen raus ich hoffe der hat nichts in der klanburg hat er nicht einmal kurz angecheckt mit einem mit einem kobold und dann müsste er jetzt eigentlich zum flächenschaden gleich ziehen machte auch da ist jetzt der auch ganz ganz schnell geschichte dann kann ich jeden rest rausziehen oder lud passt so die pokale passen auch ich will unbedingt in eine liga und dann könnte hier so ein bisschen weitermachen eigentlich reicht der baby dran der baby da erreicht ja vollkommen für so eine base hier ist auch ja ist auch unterirdisch muss ich sagen der ist jetzt auf level 6 den kann ich mir als ratus 9 auf 4 bauen und dann spenden aber jetzt haben wir auch nicht so viele goblins ausgegeben also kobolder ausgegeben von daher war das sicherlich auch in ordnung die gehen jetzt schon die gehen auf die bauhütten ok die gehen auf die bauhütten und dann brauche ich auch vor allen dingen nicht so viel nachbauen aber nicht so viel nachbauen habe jetzt habe trotzdem viel zu viel verspendet ich hätte jetzt auch gar keinen nehmen können aber ich muss dann mindestens ein baby drachen für das event nehmen und dann bauen die jetzt nicht ganz so lange nach ihr seht ich habe sich auf level 2 jawohl die beste truppe dieser welt hier auf level 2 und habe auch noch was am forschen auch das dauert noch ein bisschen länger die bogies muss ich dann auch noch machen dauern auch zwölf stunden das geht aber natürlich habe ich die kasernen auch gelevelt das habe ich nach der folge über nacht einfach gemacht zweimal zehn stunden weil dann weiß ich dass ich nicht angreife auch das kann man natürlich immer machen wenn man irgendwo was plant also man muss man sollte sich immer ziele setzen und was planen also ich habe mir dann zum ziel gesetzt was mal auf toto haut die mal beide kasernen auf einmal hoch die sind ja auch noch nicht so teuer gewesen jetzt kosten sie 80.000 schalten wir den ballon frei aber so hatte ich da morgens gleich beide kasernen fertig und in der zeit habe ich ja gepennt oder irgendwas anderes gemacht und von daher habe ich immer ziele ziel ist hier in jedem fall mit dem baby ist weiter anzugreifen jetzt muss ich auch eben anfragen ein baby drachen den gebe ich mir dann immer mit dem barfuß hier der ist hier noch im klaren drin denn hier habe ich noch das ende des letzten oder der letzten saison festgehalten so den bauen wir mal eben wieder nach und auch hier habe ich ja auch hier habe ich ja marken gekriegt das ist auch das coole denn während der saison wenn sie ja läuft die liga oder wenn sie vorbei ist dann läuft dieses tutorial und ja wir sind hier leider abgestiegen dann läuft das tutorial und wir können uns schon mal zu die ersten marken hier einheimsen denn dadurch dass ich das gespielt habe habe ich jetzt auch schon 50 marken gekriegt mit dem kleinen account hier aber ihr wird wachsen da könnt ihr darauf an und auch meine anderen accounts dadurch dass ich ich sag mal so sieben accounts eigentlich wie sand am meer habe mache ich mit dem zwei socken glaube ich jetzt auch mal ein bisschen weiter der hat es jetzt mal verdient er weiß auch wirklich lange genug rathaus 7 den haut dann irgendwann auch mal auf 8 hoch muss mal gucken der toto kann dann auch auf 9 hoch gehen und so weiter so geht so geht das immer kleines stück voran und aber das spiel ist auch sehr sehr schnelllebig geworden aber wir können schon wieder reinhauen wir haben eine volle armee und deswegen gegnerfindung ist sie jetzt nicht ganz so schwer aber ich möchte mir schon die lage mal so ein bisschen ein kleines bisschen voller machen ich suche mal richtig fetten gegner naja so fett ist er jetzt auch nicht aber auch hier brauche ich nicht mehr eigentlich als meinen baby drachen ich brauche gar nicht mehr als mein baby drachen ihr seht das hier der hat ja keine anderen luftruppen um sich herum das heißt also er hat seine volle fähigkeit seine sein sein special dass er etwas mehr schaden macht und ja der bogenschützenturm dieses wie hat sky ihn früher genannt dieses klappergestell das hilft jetzt nicht wirklich wir könnten höchstens ein zeitproblem eigentlich bekommen wenn wir jetzt nur den baby drachen hier nehmen ich verbrauche jetzt gar kein elex der ist aber der ist aber echt stark alleine muss will ich will ich wirklich mal so sagen und ich glaube der schafft das auch ganz ganz alleine ja also so kann man es natürlich auch machen wenn ihr kleinere rathauser habt glaube ich ist ein guter tipp nehmt den nehmt den ruhig den kann und den kann man übrigens auch super in den goblin mission einsetzen wenn man die auch spielt denn dort hat hat man vermehrt noch kanonen minenwerfer und so weiter und noch nicht so großartig außer luft weil ich die balance noch nicht habe kann ich da noch nicht ganz so weiterspielen und deswegen ist das hier 158 159 euro der baby drachen macht das hier ganz alleine der baby drachen macht das ganz alleine natürlich auch cool naja nicht schlecht ich wollte den aber heute unbedingt bespielen denn ich wollte unbedingt die gems hier vor allen dingen haben damit ich mir den nächsten bauarbeiter leisten kann denn drei bauarbeiter sind eigentlich schnell erspielt rathaus 4 ist auch ganz ganz greifbar nah und dann geht es auch los hier mit nachtdorf mit noch mehr juwelen denn das nächste ziel also ich habe ja gesagt ziele setzen sind die 1000 gems dann wenn ich mein account hier auf bzw wenn ich dann den dritten bauarbeiter habe dass ich ja ich brauche jetzt gar nicht nachbauen ich kann nicht mal nachfordern oder an die dort noch sechs minuten noch nicht schlechte dauert noch ein paar minuten sondern wenn wenn es dann daran geht 1000 dann dafür zu nehmen wenn man hier oben übrigens bei diesem grinse man auf das plus klicken dann kommt man hier natürlich in das nette starter paket das gibt es obwohl an der hier sind es nur 500 gems ich glaube beim rathaus 7 sind es immer noch 2500 gems und das bauarbeiter und und eine bauarbeiterhütte aber ich denke mal die 500 die holen wir uns hier in jedem fall jetzt mal rein so dass wir auch hier so ein bisschen weiter kommen eben mal kurzer cut 5 minuten dass ich wieder an anfordern kann und dann sehen wir uns gleich mit clash wieder auch ich habe eine liga ich habe eine liga jawohl ich bin endlich in einer liga bronze 3 es gibt es bonus für mich es gibt bonus für mich und ich muss auch mal gucken ich habe einmal bonus bekommen den nächsten krieg ich dann erst in in 15 stunden okay einmal sterne bonus habe ich irgendwie bekommen auch ohne liga weiß ich nicht so das weiß ich wirklich nicht so genau und aber mal sehen hier jetzt kann ich die einzelspieler mission so ein bisschen weiter spielen ich habe ja gesagt wenn wir so ein baby drachen habt hier hier gibt es keine hier gibt es nichts mit luft ja ein baby drache und dann ist das zingige geschichte so kann man sich natürlich auch echt vereinfachen abend mit dem frei geht es gleich weiter in fünf minuten kurzer cut was habe ich eigentlich eben wieder für ein blödsinn erzählt ich habe eben wieder erzählt der drache der baby drache ist auf 6 natürlich ist er nicht auf level 6 sondern der ist auf level 4 wir gucken mal hier ob hier eine wichtige falle versteckt ist ist sie aber nicht clan burg hat der kollege auch nicht dann gehen wir hier mal ganz gemütlich mit unserem baby drachen wieder mal rein und nehmen uns nehmen diese base mal eben auseinander oder bogenschützenturm den habe ich jetzt gar nicht mit einberechnet aber ich glaube das funktioniert hier ganz gut passt so passt so ich werde wie gesagt diesen account hier werde ich jetzt im urlaub so ein bisschen weiter spielen ich lasse meine anderen accounts nicht außer acht das könnte glauben aber so ein bisschen kann man ja mal ein bisschen vorplanen und so haben wir immer mal was wo wir das spielchen vor allen dingen mal erklären können gerade neue spiele auch die folge mit dem frei hier sollte sicherlich ja so der eine oder andere hat ja auch geschrieben ja ist das vielleicht was für neue spieler natürlich ist das auch was für neue spieler als neue spieler die das spiel so wie ich jetzt gerade noch mal neue entdecken für die ist das sicherlich hilfreich so ein bisschen reinzukommen ich meine sonne sind wirklich so nah so ein ultra tutorial weiß du so wo du wirklich alles festhält ich glaube das ist ein bisschen heftig ich denke mal wenn man erst mal so ein bisschen in clash of clans hier drin ist dann weiß man selber wie man ein bisschen farmt und wie man wie man was ganz cool macht und ihr seht dass er hier baulöwe er wollte ich habe bauhüten gemacht das gibt noch auch noch mal ein paar gems also die taten hier auch nicht aus dem blick verlieren immer ein immer mit einplanen es könnte ja wieder in der tat kommen und geben was habe ich denn ach ja ich habe da noch ich habe einen an die zwei habe ich jetzt gesetzt okay also ich habe es wirklich jetzt ultra billig gemacht das rest oder den rest dieses events hier vorher habe ich immer meine meine kobe ist mit rausgehauen ohne ende brauchte ich aber gar nicht denn ich habe jetzt bekommen 80 juwelen 400 ep also experiment points oder erfahrungspunkte und eine schaufel ich habe jetzt das ist das erste was sie drin ist ich habe eine schaufel hurra das wichtigste hier bei clash of clans hat der toto schon mal und die beiden mache ich jetzt aber mal nach so so sieht das ganz gut aus und ich habe eine liga ich habe wieder ein erfolg das nicht schlecht fünf noch mal da rein und wir haben über 516 das heißt wir können uns endlich die dritte bauhütte hier holen die dritte bauhütte die machen wir hier oben hin also gibt nicht immer alles sofort aus sondern spart euch ein bisschen was auf jetzt kann ich hier den rest auch mal so ein bisschen abholzen spart euch ein wenig was auf gibt nicht alle gems aus für irgendwelche forschung oder was auch immer sondern sparen 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 erst mal für bauhütten das ist das wichtigste bei clash of clans wenn du hier beginner bist dass du ein bisschen dass der fortschritt ein bisschen schneller ist das ist nicht wichtig der ein oder andere mag das sicherlich auch wenn es mal ein bisschen gemütlicher zugange geht und man muss jetzt nicht unbedingt fünf bauarbeiter haben als rathaus drei oder so nein nein aber ich meine so ein dritter bob der ist schon erstmal da geht schon ein bisschen mehr mit auf den vierten müssen wir jetzt hart sparen 17 juwelen haben wir jetzt schon 18 jawohl da hat beim tut oder geht da geht so richtig was hier aber ihr seht das hier ich kann jetzt auch ohne den den will ich nicht verrücken ich kann hier jetzt auch die sachen vor allen dingen abbauen um hier so ein bisschen freifläche zu machen aber habt ihr auch gesehen ein bisschen base habe ich mir auch gebaut ist jetzt nicht gerade die ultra base aber auch hübschen ordentlich wieder der erfolg gemacht läuft hier bei mir 10.000 ist echt teuer also ganz zu anfang glaube ich da seid ihr mit mir d'accord da ist das echt die dinger hier abbauen steine und so den den stein lasse ich übrigens immer stehen bei mir in den dörfern habt ihr bestimmt auch schon mal beobachtet dass tuto den da oben immer stehen lässt seit neuesten was heißt seit neuesten seit irgendeinem account 20.000 ich kann auch nur noch den abbauen hier es ist echt zu teuer die die geschenke geben glaube ich 7770 hier wo die base dann irgendwann mal abhebt da habe ich jetzt auch schon drei von vier von fünf von habe ich auch schon fünf stück von den letzten können wir noch gar nicht noch gar nicht weg machen ich würde sagen da machen wir noch wir machen noch einen angriff so dass wir wieder noch ein bisschen gold reinkriegen um vielleicht den letzten stein hier auszukriegen ich glaube das ist doch ein bisschen arg viel oder und mit dem mit dem letzten angriff hier 8000 gibt es hier habe ich gedacht bevor du dich jetzt die jetzt wieder ein wolf suchst nimmst du einfach hier den baby drachen da den baby drachen so kann ich denen da nicht setzen dann muss man da setzen ok dann dann nehme ich die base jedoch eben auseinander für 8000 dann können wir wenigstens den letzten stein abbauen und wir sind damit dann natürlich wieder blank also auch dann kann ich wieder so ein bisschen bisschen was bauen da hinten der könnte das jetzt alleine machen wir machen wir machen das mal ein bisschen schneller wo rennen die denn eigentlich so hin die rennen erst mal zu dem gold lager dort und die hier rennen zu den elex lagern okay die rennen zu den elex lagern klar und danach werden die dann zum rathaus gehen ja oder ist eine kleine bombe shit zum rathaus gehen beziehungsweise ja so so sieht das rathaus hier aus in den einzelspieler mission ist noch ein bisschen komisch wenn man hier anfängt jetzt machen wir hier mal die kanone und machen hier noch die häuser die geben jetzt irgendwie gar nichts die geben die nur rum und ehre dass ein paar gebäude mehr geschafft das aber mehr nicht jetzt habe ich ein bisschen mehr ausgegeben aber ich habe die 8000 kann diesen alten letzten stein abbauen und habe auch ein bisschen elex das müsste eigentlich für meine beiden bauarbeiter reichen eben einmal nachträgen ob es dann immer noch reicht 40 only kobold bis rathaus zwölf das war nicht schlecht ne only bis rathaus zwölf sowohl ist das letzte teil hier dass der letzte stein und dann habe ich noch ein bisschen elixier das nehmen wir hier für die beiden goldminen die müssen auch ein bisschen wachsen vier stunden das ist in ordnung und die andere goldmine nehme ich gleich auch dann habe ich wieder ein bisschen luft fahre mich einfach ein bisschen weiter ich gebe mir ich gebe mir mal wieder ganz easy hier die truppen und wert diesen account also wie gesagt den wollte ich ein bisschen über den urlaub über den urlaub zocken mal sehen wie weit wir damit kommen ihr werdet aber in dieser woche auch noch anderes clash of clans von mir sehen aber baby event haben wir schon mal geschafft ich glaube nicht dass ich noch in denen aber gucken in den 19 tagen noch das elektromagia das elektromagia clash royal dass das party magia event hier spielen kann ich bin echt mal gespannt mal sehen wie weit ich komme ich bräuchte eigentlich nur eine kaserne die den kann zwei stück muss ich nun nehmen muss ich mal gucken ich weiß ich weiß nicht ganz genau wann wann es denen gibt aber so gut werde ich ja auch mit dem spiel und es gibt ja echt schon viele gems hier zu gewinnen in diesen events hier und natürlich leider auch im passenden kein neues spiel da bin ich noch weit von entfernt aber seid gefasst und ich werde diesen account hier gewiss weiter spielen ich werde im fortschritt ein bisschen bisschen für euch mal wieder festhalten also lasst euch überraschen was in den nächsten tagen und vor allem in meiner urlaubswoche noch auf alles auf euch zukommt und bleibt locker wir werden übrigens morgen wieder stream sonntag habe ich nicht geschrieben ist glaube ich nicht ganz so schlimm wir waren doch am freitag samstag und dann auch sonntag stream na ja ich muss auch ein bisschen ich will auch hier ein bisschen für euch ein paar youtube folgen drehen und deswegen passt mir das dann zeitlich manchmal nicht wo ich dann so sagen naja so am tag hinsetzen mache ich dann nicht so sondern für mich sind dann eher so ein bisschen die abends schon wichtiger tagsüber ein bisschen was mit der family machen und deswegen hatte ich mich dann am sonntag dazu entschieden ich mache mal kein live stream vielleicht also der mittwochs live bleibt bleibt in jedem fall der freitags live stream auch der samstags live stream auch der samstags live stream ja nicht der fällt ja weg da bin ich ja schon weg aber seid gespannt was noch kommt bis dahin euer toto clasht